Physiker haben in einem Experiment versehentlich Hinweise auf ein Paralleluniversum entdeckt. Existiert also wirklich noch eine andere Realität neben unserer? In diesem Video schauen wir uns das mal genau an. Also bleibt bis zum Ende dran und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn das bringt den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank Leute und herzlich willkommen! Bevor wir loslegen, dieses Video wird gesponsert von Opera und heute möchte ich euch einige coole Features des Opera-Browsers vorstellen und zeigen, wie einfach es ist, von eurem bisherigen Browser zu Opera zu wechseln. Ich habe lange andere Browser verwendet, doch die Vorteile von Opera sind wirklich galaktisch. Zum Beispiel im Opera-Browser ist eine VPN-Funktion integriert, ihr müsst also keine zusätzlichen Apps oder Browser-Erweiterungen herunterladen. Es gibt kein Abonnement, keine Anmeldung, kein Datenlimit und keine Zahlungen jeglicher Art. Ihr seid durch das Browser-interne VPN beim Surfen perfekt geschützt. Außerdem gibt es einen integrierten Ad-Blocker und der blockiert nicht nur Werbung, sondern schützt auch eure Privatsphäre und beschleunigt das Surfen. Und das ist noch nicht alles, es gibt auch eine in den Opera-Browser integrierte Messenger-Funktion. Ihr könnt also direkt auf alle Messenger-Dienste zugreifen, die ihr verwendet und beim Surfen mit den Leuten in Kontakt bleiben, die euch wichtig sind. Und ein Feature, das ich super cool finde, es gibt einen integrierten Musik-Player, der mit den größten Musik-Plattformen verbunden ist. Ich nutze das total oft, um entspannte Musik zu hören und in die richtige galaktische Stimmung zu kommen, während ich online für euch Videoskripte recherchiere. Und ihr könnt ganz einfach eure Einstellungen, Passwörter und Bookmarks aus eurem alten Browser importieren. Für mich ist Opera also der perfekte Browser, um mit all den tollen integrierten Tools meine Produktivität zu steigern und bestmöglich galaktische Themen für euch recherchieren zu können. Den Link zum kostenlosen Download von Opera findet ihr in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Ich kann es euch nur sehr empfehlen und jetzt geht es weiter mit dem Video. Wenn man sich so die weltpolitische Lage anschaut, könnte man sich ja durchaus wünschen, dass das hier nicht die einzige Realität ist, sondern dass es noch andere parallele Zeitlinien, parallele Universen gäbe. Und genau darauf deutet nun eine Forschungsarbeit zweier Physiker der University of Maryland hin. Und diese Hinweise auf ein Paralleluniversum haben sie zufällig entdeckt. Ich finde auch immer zufällig beim Aufräumen Paralleluniversen unter meiner Couch. Eigentlich haben die beiden Forscher Graphen-Schichten untersucht. Graphen bezeichnet eine bestimmte Anordnung von Kohlenstoffatomen in zweidimensionaler Struktur, in der jedes Atom im Winkel von 120 Grad von drei weiteren umgeben ist, sodass sich eine Art bienenwabenförmiges Muster ausbildet. Graphen hat als Material enormes Potenzial, da sich herausgestellt hat, dass es extrem gut Wärme und Elektrizität leitet und einen geringen aktiven Widerstand besitzt. Es ist also sehr flexibel. Dadurch ergeben sich unfassbar viele, oftmals noch theoretische Anwendungsfälle, unter anderem auch in der Raumfahrt. Und bei der Untersuchung der Graphen-Schichten entdeckten die Forscher sich wiederholende Muster, die die Art und Weise, wie sich Elektrizität innerhalb der Graphen-Stapel bewegt, veränderten. Optisch ähneln diese Graphen-Diagramme durchaus einzelnen Universen. Es wäre denkbar, dass sich die Wechselwirkungen, die zwischen einzelnen Graphen-Stapeln entstehen, auf andere Ebenen übertragen lassen, zum Beispiel auf die Wechselwirkungen zwischen unserem Universum und anderen potenziell existierenden Paralleluniversen. Ich weiß, klingt total abgefahren, deswegen nochmal etwas anders formuliert. Die Elektrizität in Graphen-Stapeln ändert ihr Verhalten, wenn zwei Graphen-Schichten miteinander interagieren. Man nennt das auch Moiré-Muster. Diese entstehen, wenn sich zwei sich wiederholende Muster überlappen und eine der Schichten sich verdreht, verschiebt oder dehnt und es dadurch zu Wechselwirkungen zwischen den Mustern kommt. Und die Forscher der Uni Maryland stellen eben nun die Hypothese auf, dass eine einzigartige Physik aus der Interaktion von Schichten auch anderswo entstehen könnte, vielleicht im gesamten Universum, dass also unser Kosmos auch nur der eine Teil eines Moiré-Musters wäre. Und unser Universum wäre dann nur eine Hälfte, eine Graphen-Schicht, die mit einer anderen Hälfte interagiert, einer zweiten Realität, einem Paralleluniversum. Jetzt sagen vielleicht einige von euch, das ist total absurd, aber die Forscher haben die Physik der Graphen-Schichten in Simulationen für das gesamte Universum durchlaufen lassen. Und das Ergebnis war, es passt perfekt. Die Simulationen hatten als Ergebnis ein Universum wie unseres und sagten sogar die Expansion des Universums perfekt voraus. In einer Veröffentlichung der Universität Maryland heißt es, die Physik zweier Graphenblätter kann als die Physik zweier zweidimensionaler Universen umgedeutet werden, in denen Elektronen gelegentlich zwischen den Universen springen. Dies inspirierte die Forscher dazu, die Mathematik so zu verallgemeinern, dass sie auf Universen mit einer beliebigen Anzahl von Dimensionen einschließlich unseres vierdimensionalen Universums anwendbar ist und zu erforschen, ob ein ähnliches Phänomen, das sich aus Moiré-Mustern ergibt, auch in anderen Bereichen der Physik auftreten könnte. Wir könnten uns das Universum dann also wirklich wie die eine Hälfte eines Multiversums vorstellen. Diese Entdeckung hat also nichts mit esoterischer Interpretation von Paralleluniversen zu tun. Also so nach dem Motto, in einem Paralleluniversum läuft ein Doppelgänger von euch rum und immer wenn ihr eine Verbindung zu ihm spürt, erlebt ihr ein Déjà-vu oder so. Moment mal, diesen Moment hier habe ich doch schon mal erlebt, oder? Vielmehr könnte die Existenz dieser zweiten Schicht, dieses anderen Universums, viele noch offene Fragen der Kosmologie beantworten. Warum und wohin dehnt sich das Universum überhaupt aus? Warum beschleunigt sich die Expansion? Bislang erklärt man die beschleunigte Expansion immer mit der dunklen Energie. Aber was das ist, weiß niemand. Es könnte doch möglich sein, dass die dunkle Energie ein Effekt zwischen den beiden Universen ist, ein Effekt der Moiré-Muster, wie zwischen den Graphen-Schichten. Der Co-Autor der Studie, Viktor Galitzky, sagt, Wir denken, dass dies eine aufregende und ehrgeizige Idee ist. In gewisser Weise ist es fast verdächtig, dass es so gut funktioniert, fundamentale Merkmale unseres Universums wie die Inflation und das Higgs-Teilchen auf natürliche Weise vorherzusagen. Die Multiversumstheorie der Forscher der Uni Maryland könnte auch eine spektakuläre Antwort auf die großen Fragen der Quantenphysik sein. Die Quantenphysik beschäftigt sich mit den kleinsten Elementarteilchen und eines ihrer verwirrendsten Aspekte ist die Superposition. Elementarteilchen können gleichzeitig mehrere Zustände aufweisen. Ein Teilchen kann beispielsweise gleichzeitig zwei Drehrichtungen haben, den sogenannten Spin. Stellt euch mal vor, ein Fußball würde sich gleichzeitig in zwei Richtungen drehen. Die Superposition übersteigt also irgendwie unser Verständnis der Physik. Könnte es nicht sein, dass das Multiversum die Antwort ist? In der einen Hälfte des zweigeteilten Kosmos hat das Teilchen eine Drehrichtung und in der anderen Hälfte die andere. Auch ein Aspekt namens Quantenverschränkung könnte damit erklärt werden. Auf Quantenebene können Teilchen miteinander verschränkt werden und sind dann de facto eins. Obwohl sie möglicherweise unfassbar weit voneinander entfernt sind. Wenn ihr beispielsweise mit mir Quantenverschränkt wärt, dann würdet ihr jetzt sofort den Geschmack eines Keks im Mund haben, selbst wenn ihr Lichtjahre von mir entfernt wärt. Hm, Quantenverschränkung. Selbst Einstein fand diesen Quanteneffekt so unheimlich, dass er ihn spukhafte Fernwirkung nannte. Vielleicht lässt sich die Verschränkung ja auch mit einem Effekt zwischen den beiden Universen erklären mit einer Verbindung im Moiré-Muster. Dazu muss man natürlich sagen, dass die Hypothese der beiden Forscher kein Beweis für ein Doppeluniversum ist. Aber es ist eine absolut nachvollziehbare Hypothese, dass sich die Effekte in Graphen-Schichten auch auf größere Ebenen übertragen lassen. Und eine völlig verrückte Idee, die mir gerade tatsächlich spontan kommt, ist, dass ja auch unser Gehirn aus zwei Hälften besteht, einer linken und einer rechten Gehirnhälfte. Wäre es nicht irgendwie passen, wenn unser Universum auch nur eine Gehirnhälfte eines großen, kosmischen Gehirns ist und das Paralleluniversum wäre die andere Gehirnhälfte, vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber wer weiß, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Gibt es ein Paralleluniversum oder ist unser Universum das einzige, was existiert? Würde mich sehr interessieren, was ihr denkt. Ich versuche, auf so viele Kommentare wie möglich zu antworten. In eine ähnliche Richtung wie die Idee der Paralleluniversen geht eine Entdeckung, die ein kanadischer Professor gemacht hat. Er sagt, Zeitreisen in die Vergangenheit sind möglich, aufgrund paralleler Realitätslinien. Wenn ihr erfahren wollt, wie ihr mal eben in die Vergangenheit düsen könnt, dann klickt unbedingt mal auf das angezeigte Video. Und wenn ihr meine Arbeit etwas unterstützen wollt, dann gönnt euch eins meiner Weltraumbücher, einen Plüschplaneten, einen Meteoriten und vieles mehr in meinem Weltraumshop, der vor einigen Tagen zu getdigital.de umgezogen ist. Ein Riesenschritt für mich und es würde mich sehr freuen, wenn ihr mal durch meinen neuen Weltraumshop hindurch stöbern würdet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!